Wenn ihr ein Video über Crafted.eu macht, dann nennt das bitte Crafted.eu Meine Meinung Antwort zu Steven Gaming AP, okay? Jo, moiter, ähm, auf jeden Fall, ähm, um es kurz zu fassen, ähm, wir zucken heute auf jeden Fall, ähm, Minecraft, ähm, das ist jetzt nicht das Blöse, ähm, so im Hintergrund jetzt ein bisschen mit Shader und so'n Scheiß, auf Komma HD, worum hab ich, was ist hier der Sinn? Hä? Wieso hab ich kein Zeug? Ja, zumindest mein ernstes Thema hier, Crafted.eu, das ist, wo ich früher viel gezeigt hatte und wo ich halt viele geguckt hatten, ähm, ja, ähm, da fragen mich viele, warum ich gebannt bin, warum mir immer drauf zocke, warum ich keine Videos mehr von dem schwulen Server mache, warum ich schwul sage, ich kann den Server einfach gar nicht mehr leiden, warum kann ich kein Vollbild machen, äh, egal. Ja, und ja, zumindest, ich kann das auch einfach so in meinem Bild machen, aber, ja, zumindest sieht man, ja, ich hab keine Hexe, ich zog zur Zeit nur noch mit Shader, ne, wieso machen die so viel Schaden? Hm, hm, egal, ich zeig euch mal. Ähm, da. Ja, so haben wir nicht gebannt, Grundwerbung. Es ist ja Werbung um meinen eigenen, Cart Atari gemacht, ne? Ich hab einfach Werbung um meinem eigenen Clan gemacht, ja. Normal? Ja, ja. Du hast keine Werbung um meinen eigenen Klang gemacht, das hast du ein eigenes TS hast? der ersten wir sind klopfen wir sind scheiße das ist normal wo ist denn der der scheiß drachenflieger das schafft die sein scheiß pc schafft es nicht mal schade abzuspielen mit 6 fps mann das ist so ein loser ganz einfach nicht einfach kein Leben alter künftig er ist er kommt jetzt zu mir eine der hat so ein scheiß intro das ist eine abonniere jünger ist es jetzt es ist nicht alle wollen dass es geschickt wenn sie mir sehr dann in europa schon auf dem forum geboren also geht auf jeden fall nicht auf den server ich bitte euch bitte alle die wegen mir auf dem server sind dass sie bitte von dem server runter geht wenn ihr hier zu behaupten macht nutzlos aus und lasst euch von dem server pushen weil es bringt nichts auf dem server zu zocken ein bisschen kd aber irgendwann wirst du wegen zu viel skill gebannt das ist aber wegen zu viel skill gewandt auf den scheiß server kann ich auch nicht hören du wirst wegen zu viel skill wow das sieht geil aus du wirst wegen zu viel skill auf den scheiß server gebannt kann ich auch nicht ändern kann man nicht ändern sagen wir sind jetzt aber eine runde hier nummer eins kurz die schilder und auf dem server auf den ungespielt jetzt immer zur zeit zurück den ich früher aber schon kannte ähm super jump mit shader ne boah alter die sch*** ist so komisch ich kann trotzdem gehen voll wenn man das ist komisch laser gorg boah mit shader geht das mal richtig schwer alter so ein spieler ob shader verboten ist weiß ich gar nicht ne das ist ein bisschen komisch weil ich normalerweise mit 100 fps und jetzt schwierig mit 60 und das ist total flüssig das sieht man aber trotzdem ach ich hab ins niegendrinne es gibt ins niegendrinne es ist es ist schwer dass schwer mit dem Schädel sollen jetzt geht es es gibt nicht das Wetten ich werde auch Fettjahr Fettjahr 13 ist aus dem Server rausgegangen also aus dem Team das fand ich nicht so gut von Fettjahr dass er rausgegangen ist und Neuberg bestehen das ist ein Karte die um ein Urteil ist der Server vor Ort selber Nostübisse sie ist aus und schuldig auf jeden Fall kein VIP das ist der letzte Scheiße auf dem Server ohne Mist das ist das Noten sind sehr nichts nach dem Server weil die machen nichts mehr für ihren Server die sind genauso behindert ich sag es einfach so wie Hive guck sie das schon mal rein bei Hive ne New Cranked das ist das neueste Klobe ich glaube es ist in Indianer ich kann was zeigen Arcade wo ist denn Arcade ne zumindest bei Arcade wurde ja schon klar am Anfang übelsteuig gesagt ja das was ist das hier eigentlich ja und zumindest wurde da auch mal wurde halt auch mal so gesagt also früher da stand immer coming soon hey keine Ahnung wie nennt es aber schon geplübelt locker ein Jahr und die haben einfach immer noch nicht auf die Eier gekriegt ne ich sah halt auf die Eier das macht das Paintball zu erstellen ja dann also ja also ganz ehrlich heißt es wirklich die Kraft die um es geht ja im Krafte die um wie gesagt ich sag's doch mal für alle geht bitte vom Server weil ihr kriegt einfach nur ein Bann Drangenflieger vor Ort ist erst recht das hat immer der erste so 14 so aber ich hätte bloß 10 keine Spaßen Alter ohne Spaßmann der macht sich mal Videos mit seiner scheiß Stimme der Flemmer allein schon man könnte den Anzeigen weil der so ein scheiß Video gemacht hat so ein Kack Video hat er gemacht hey wo der von irgendeinem Freund bestimmt ohne unerlaubnis des Datenschutzes in Deutschland Datenschutz ganz wichtig und zumindest hat er da ein was gemacht also halt einfach dass irgendwas genommen hier irgend so ein Typ im Skype schon ohne Erlaubnis und so ein bisschen auch irgendwie geklautes Intro zumindest war es jetzt von meiner Seite ich weiß nicht wie ihr es von Kraft zu sehen aber wenn ihr ein Video macht wenn ihr ein Video über Crafted EU macht dann nennt das bitte Crafted EU meine Meinung antwortslos Steven Gaming AP okay danke für euch zum zuhören und ja Crafted EU ist Mist ich zeige euch jetzt mal meinen Lieblings Trailer und dann war's das ja eh das meiste von euch haben äblichen Plus so äh 12 FPS äh ich hab 60 Alter was wollt ihr man so ein Lieblings Shader ist der ist der geilste jetzt sieht schön viel aber ist geil und ja ich spiele auf 32 Chance hätte sich zu sehen und ja ich verabschiede mich mit meinem Lieblings Shader also mit meinem zweitliebsten Lieblings Shader zu dem Rudoplay mit dem Rudoplay dafür müssen wir jetzt auch mal erstmal auf den Server gehen wo Sonne ist es ist bestimmt eine verkommen Sonne hier ist bestimmt Sonne und damit verabschiede ich mich von euch der zieht schön viel der Server weil ihr wisst wie wir wegen Ungespielt drauf sind damit verabschiede ich mich von euch danke dass ihr zugeguckt habt die Musik endet gerade und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video bis dann ciao ciao